einen wunderschönen guten morgen und willkommen zurück zu COD Cold War ja wir zocken mal wieder zwei Runden Team Deathmatch ja wir nehmen wieder die Waffe ich würde halt wirklich meinen wir bleiben immer bei zwei Runden reicht aus in knapp über 20 Minuten wir müssen ja die Videos nicht immer das sehe ich genauso wir müssen die Videos ja nicht unnötig in die Länge ziehen deswegen würde ich meinen zwei Runden reichen vollkommen und ja wie ist keiner ach genau jetzt kommst du rum oder was das hätte er auf jeden Fall noch sein müssen er wurde auf jeden Fall betäubt den Jobben getötet wir liegen in Führung oh ratatatatat nein Schickt mir ein Spionage Flugzeug Werfe betäubungsgranate nein seid doch blind seid doch explodiert doch von der blendgranate oder von der erschütterungsgranate ich habe ja glaube ich werfe betäubungsgranate nur ich habe schon 11 und 10 noch nebenbei meine waffe gewechselt und zweitgrutsch wieso ist wieso treffe ich den denn nie mit meiner erschütterungsgranate nie das war doch jetzt schon zum zweiten mal oder ich kann nicht mehr weg weiter ganz schneller nachladen und schneller ziehen als ich wegrennen kann feind ausgelöscht setze geschütz ein hehehe ich weiß ja gar nicht wie so truthalen rumspringen was ist denn los mit dir mhm feindliche spionage flugzeug im anzug ja ja ist ja gut manch rämisch nicht so hin ich habe gar nichts getan voll erwischt hehehe habe ich gerade schon mal gehört leg mal eine andere platte auf vor rein jetzt habe ich ein bisschen verschielt aber nur etwas hehehe lul er hat mir weh getan dürfte ich mir da normalerweise gar nicht gefallen lassen oder lul wo ist denn der feind schon einer weg hm lul alter erschreck mich doch was du hast für den arsch öffnen what the fuck ey ich wollte gerade sagen ich sehe ich hier wohl keinen einzigen mehr und dann auf einmal steht er noch vor mir und ich treffe ihn nicht geriet von er wird der spionage flugzeug einsatz danke mein verwendiges schütz wenigstens einer trifft hier was wenn ich schon nichts treffe NULL wow alter hier neben jetzt steht doch nichts what the fuck was war das denn schon wieder ey warte 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 auf mir ziel eliminiert auf jeden fall so hier war doch gerade irgendwo so ein drüber wie war das schon weiss lul what the fuck was hat denn der gemacht er hat da genau so viele punkte ey what the fuck nur eine runde sechs minuten sieben sechs minuten ging die jetzt ist mir ganz aufgefallen dass es jetzt so schnell ging ey oh mein gott ich hab's wieder nicht ich verstehe das denn schalten schalte in 15 verschiedenen abgeschlossenen spielen drei spieler die unter dem einfluss deiner taktikausrüstung stehen mit mp's aus so erstens ich spiel ja nur mit mp's nur es sind ja alles alles nur maschinenpistolen die ich nehme punkt 1 punkt 2 ich spiel nur mit mp's punkt 3 ich spiel nur mit mp's punkt 4 nein ich spiel nicht nur mit mp's also doch ja aber ähm ich betäub doch die leute ich schmeiß denn doch immer meine granaten vors gesicht da steht doch da äh 15 punkte für betäubt oder was auch immer da steht renne instant zu den hin und töte den und das mache ich mit mindestens eigentlich immer drei spielern in jeder runde ich verstehe nicht warum das nicht 10 tut ich habe keine ahnung es ist mir echt zu hoch ich meine das ist eine so eine kleine scheiß waffe gitter und muss man denn da wirklich dass das so schwer ist für so eine kleine scheiß waffe das hat zum beispiel nicht mal gezählt weil er weg war wo ist er denn hingewiesen manche finde ich so geil die visieren noch nicht mal wirklich an gelle und drücken dir da so einen braten rein los der hat mir aber gleich auch eine reingehämmert ne wie schnell die aber manchmal weg sind gell ey das ist wahnsinn das ist echt manchmal krass gell wie schnell die aber auch weg rennen ja ach komm ey Ist heute mal wieder so ein Tag, wir gehen mal den dicken D-Watt auf den Sack oder was ist heute? Ach man, ich hab nicht gedacht, dass ich so weit vorne stehe, dass der Männer mich noch trifft. Man fragt sich wirklich, wie schnell die manchmal ran, gell, der steht da, du schießt auf den, triffst den nicht und der macht einen Satzfoto so. Das ist doch ein Witz, Alter. Ach, das war ein anderer Arsch, dachte ich gerade, wie hat denn der mich jetzt gefütet? Er ist wirklich gerade wieder ein Nisch. Feindliche Spionageflugzeug im Anflug. Alter, der macht einfach Geräusche. Alter, das gibt's doch nicht. Ey, kommt der mir hier nur so Spastis heute entgegen? Granatwerfer. Jetzt hab ich so lange geguckt, ich wusste nicht, ob das nun, ob das nur einer ist oder ob ich gerade dumm gucken tue. Das war ja echt. Das war ja echt. Hahaha. Hahaha. Oh Mann. Schade. Oh, du Spacko, Alter. Du scheiße. Mann. 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 Hey. Mann. Oh mein Gott. Ey. Habt ihr das gesehen, wie schnell er wieder gerannt ist? Das gibt's doch gar nicht. Mann. 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 Es sind heute nur so Leute online die wir drehen einfach mal komplett frei, wir wissen wo jeder steht, wir, 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 wir riechen es, wir spüren es. Mann. Mann. Ich vergesse mal zu gucken. Ich weiß aber nicht, wie das war mit den Zurückwerfen. War das eh? Ich habe echt keine Ahnung. Hier, da kommt schon schießend rum. Da kommt schon schießend um der Ecke rum. Oh mein Gott. Da kommt schon schießend um der Ecke rum. Was sind denn das heute für... Was sind denn das heute für Müllgesichten, Alter? Wie kommen schon mit Dauerkreuen? Kommt die schon um der Ecke rum? Sehr schön. Und wie lang ich aber betäubt bin, das ist Wahnsinn. Missionszeit des Spionageflugzeugs bei 50%. Auf den habe ich erst gar nicht reagiert. War einfach so weiß. Wandweiß. Also so ein bisschen weißlich. Und der war immer so weiß. Mit dem Anzug. Ich habe erst gar nicht reagiert, bis ich das mal geschnallt habe. Da hatte ich schon drei Eckeleben gehabt. Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt. Du Stück Scheiße. Nee, stimmt mal. Du Stück Scheiße. Ich habe einen gehört. Ich dachte, das ist einer von mir. Du Stück Scheiße. Du Stück Scheiße. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Geschütz platziert. Danke für den Geschütz. Nee, das gibt's doch nicht, ey. Töten euch in den Arsch, kämpfverdammt noch mal. Warum sollten wir? Die kommen aber wirklich auch immer in den richtigen Moment rum. Das ist, ey, was ist denn das denn heute? Was sind denn das heute aber auch wirklich für Müllrunden, ey? Das ist, ey, 14 zu 21, what the fuck, zu 22. Ja, wie sieht's aus? Geht's hier mal weiter? Geht's hier nicht. Geht's hier nicht. so eine scheiße mit der scheiße aber wirklich zwei so eindeutig und die eine runde davor war bei uns so eindeutig und jetzt beim gegner aber manche du siehst bei manchen die riechen das einfach die sehen dass wo jemand herkommt ich mein klar man kann es auch hören dass man das immer so präzise wird bei so einem krawall das ist einfach nicht feierlich er hat immer genau hingeguckt wo jemand her kam es ist nicht feierlich keine ahnung naja aber ich sag mal das war's für die runde es war oder für die folge besser gesagt die folge ist wirklich ein bisschen kürzer geraten als sonst normalerweise immer bei über 20 minuten aber nichtsdestotrotz ist ja nicht ganz so schlimm denke ich mal und dir ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen obwohl das irgendwie ziemlich kacke war die zwei runden jetzt ja und ich würde mich freuen wenn wir uns nächste folge wieder sehen und dann bis dahin lasst euch nicht klauen tschau 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 tschau